das kann aber wir haben hier ein paar steinchen gefunden nehmen wir natürlich mit ich glaube sonst kommen wenn da rein hier braucht man den kraftbäune den haben wir nicht so schwach noch komfu gelernt na gut okay dann können wir jetzt hier nichts mehr machen auch hier ein paar kisten zerklopfen aber das habe ich schon mal gemacht ganzen donut holen und wir brauchen die wochen dann würde ich sagen gehen wir mal zum dojo hinlaufen kannst du damit kaufen brauchte ich nicht wieder ein paar taler gespart hier kann man wahrscheinlich irgendwie hoch sneaken oder auch nicht und sie auf den baum so mit daneben gehechtet wie ein wilder immer noch daneben gehechtet da komme ich mir ran kann es hier zusammenkleben aber noch mal stein gefunden wunderbar wird an den da oben kommen wir einfach so jetzt nicht ran auch den großen stein den würdigen möchte kaum musst du da hoch gehen bestimmt irgendwie hoch nur klein stein da muss oben so ein bisschen darauf stehen ist wahrscheinlich nicht rätselst lösung wahrscheinlich müsste ich da unten da irgendwie was machen aber hier auch noch ein klein stein oder viele steinchen versteckt dann gucken wir nochmal hier in der ecke vielleicht ist ja auch noch ein großer stein oder so da oben sieht das doch so ein bisschen so aus als wenn da wieder irgendwas versteckt ist die frage ist jetzt wie kommen wir da hoch ja ich wollte die steine aber mit der spitze kann nicht kaputt machen und ich wollte mich darauf stellen damit ich da hochkomme da ist auch noch ein großer stein kann man am besten hoch kaputt eine idee aber ich weiß nicht ob dort so klappt mit mir das denke das ist ein notfall das ist ein notfall wo wir kann man im auto nicht springen das klappt nicht einfach kann von dem auto nicht springen ne 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 jetzt hier erstmal so keinen weg wo ich sage da können wir mal locker flockig hochjumpen problem ist wir rutschen ja auch immer direkt runter noch mal hier lang laufen hier wie ein weg ist oder halten helikopter dafür bräuchten aber erstmal helikopter beim hause sonnstein bei welchen haus bei dem hier bei dem habe ich den hier hier war auch noch einer den habe ich eine idee wie wir da rankommen vielleicht mit dem auto rüber jumpen vielleicht ich will ich habe auch den großen und den großen stein ich sparte hier weg gemacht und jetzt hier ja jetzt sehen wir hier aber natürlich mit unserem vehicle ein bisschen fest so geht jetzt wieder auf dem zaun stelle ich mir doch ein bisschen arg wissen wir also nicht die kopf da wir können uns hier zusammenkleben naja wunderprächtig da ja war nicht schieben und wir wollen wahrscheinlich dort bestimmten bestimmte mädchen würde ich wieder nicht aber ich gehe jetzt mal wieder ein stark von aus geht jetzt mal wieder ein stark von außer den steinen müssen wir irgendwie rüberkriegen dann könnten wir hier auf den stein springen könnten dann drückt y drückt y jetzt auch man kann den rollen das ist so eine kugel sein ok ja gut das ist ja jetzt nicht ganz so schwierig sollten wir ja eigentlich wenn die kamera nicht spinnt locker flockig auf die kette kriegen wenn man hier nicht so rum rutscht aber das war jetzt nicht sonderlich schwierig den holen wir uns mal am ende den stein und vielleicht ist ja auch noch einer habe ich mir nämlich schon gedacht ich bin ich noch einmal das haben wir ja echt viele steinchen gesammelt und man sagen es gibt ja recht viele die steine die damit kann ich was objekte bauen so dann müssen sie nur entgegen gleiten und dann aber wieder 41.000 steine jetzt ist natürlich die frage wenn wir auch ein helikopter wo kann ich mir da so ein helikopter holen dass ein helikopter wäre auch mal ganz knorkeig er wird im smart das perfekte auto ja natürlich wieder eine brücke bauen die frage ist wie komme ich einmal ein helikopter der hund hey grüß dich da komme ich einmal mit helikopter also ich habe einen aber irgendwie so damals ein paar steinchen gesammelt wie gesagt die steinchen die brauchst du dann immer für jetzt mal solche events na dann stellst du dich hier hin bei mir ist das kreis aber muss hat für 30.000 jetzt quasi hier eine brücke bauen dafür sind diese zum beispiel diese große steine gegeben halt immer 10.000 10 oder 15.000 glaube ich das ist relativ hilfreich denn da kommt kannst du die story weitergehen wir wollen jetzt aber erstmal uns noch mal ein bisschen kurz umgucken bevor wir die story weitermachen gucken wir mal vielleicht ob wir so eine helikopter säule finden da kann man ein bisschen mit dem helikopter fliegen ist natürlich immer nicht auf der karte wahrscheinlich markiert wir haben wir noch eine rufsäule ist eine rufsäule ist aber keine helikopter säule was haben wir hier auch nur eine rufsäule dann weiß ich natürlich nicht ob die rufsäule ist oder helikopter rufsäule jetzt so die frage wir fahren wir erst mal kurz hier ein stück runter mit unserem smart vielleicht sind wir hier irgendwo dort dann wieder ein steinchen entdeckt naja rufsäule konnte ich letztes mal keinen holen okay das hatten wir hier aber wieder ein steinchen gefunden wir sind in unserem smart hier schrecklich moin so hier kommen auch noch nicht weiter frage ich mich jetzt tatsache aber wir können die brücke nicht runter lassen bis der schäbige kahn unter ihr weg ist der schäbige kahn also sehen ich den gta man kann ich aber umher fahren sondern muss immer so ein bisschen naja ist immer die quest erfüllen damit man auf die anderen karten hinse kommt und ich hatte ja auch dem spiel sehr lustig finde ist halt die sache dass man wenn man auch von gegen fährt und sich die fahrzeuge rammt dann gehen die halt das sache so kaputt das finde ich ziemlich witzig die explodieren dann halt auch irgendwie ist ganz ganz witzig eigentlich so aber dann machen wir reparieren wir uns mal in die brücke weil wir wollen ja ein bisschen kopfu lernen von daher machen wir das mal wie gesagt auch die folgen also die folgen die wir heute spielen werden wir heute auch wieder werden wir auch wieder auf youtube hochladen also falls er jetzt irgendwann um 21 wird ins bett müsst oder weiß der geiler was könnte euch das auf jeden fall bei youtube weiter angucken sind aber 15 15 minuten folgen denke ich oder die ganzen kick und da immer ganz viel gerade kämpfer ja den finde ich cool denn wenn wir dann auch gleich mal nehmen so dass man uns hier wieder die 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 ich jetzt mal münzen ein wenn sie jetzt aber münzen ich weiß nicht wie diese kleinen runden flachen lego steine heißen so natürlich wäre es jetzt ein bisschen praktischer gewesen wir würden uns mal ein auto organisieren da können wir uns da nämlich mal ein bisschen umgucken oder war ein bike alter wir natürlich im unserer truck hier polizei angelegenheit so ein schrecklich grüß dich auch mal lieber da haben wir nämlich schon mal wieder was zum greifen na da brauchen wir wieder den officer weiden kommt ran hier so hier habe es ein paar münzen nehmen wir natürlich mit jetzt wieder sein jump and run event mich jetzt aber täuschen wenn ihr alle gewesen wäre da kommen noch nicht rüber vielleicht kann man mit dem karate kämpfer ein bisschen weiter hechten ich weiß es nicht er sagt ob das spiel vorher noch nicht gespielt wir waren ja wenn man kringel ich bin ja so wie in GTA also wenn ich sowas sehe er tut mir einfach leid verleitet einfach man muss da jetzt da muss man jetzt einfach rüber fahren er tut mir jetzt leid auch wenn es wahrscheinlich in der hose gehen wird ich muss da jetzt einfach rüber hechten aber vorher hier unten noch das ist halt wie in GTA siehst du eine schanz und du musst halt einfach rüber springen so das können wir noch nicht machen das jetzt können wir hier mal gegenhauen da war hat gefunden und ein item aber ich weiß nicht wartet war ich konnte das nicht so schnell sehen jetzt kommen wir zu einem hechtsprung so federung ist bei dem auto auf jeden fall schon mal sehr angenehm